Also die Museumsnacht ist eine sehr lebendige Veranstaltung. Es macht sehr viel Freude, hier mit der ganzen Familie unterwegs zu sein. Eine sehr schöne Stimmung ist hier auf der Museumsnacht. Also Museumsnacht einmal im Jahr, lohnt sich, muss man immer hingehen. Ich finde es total schön, dass endlich mal Leute, wenn es dunkel ist, hier trotzdem auf der Straße rumlaufen. Weil Kassel ist sonst, finde ich, hier in der Innenstadt immer komplett ausgestorben, wenn es Nacht wird. Ich finde es total schön, dass endlich mal alle Kassler draußen sind. Leute sind außer Rand und Band, kann man sagen. Hier ist wirklich Kultur, wie man sie selten sieht. Also mein Eindruck von der Museumsnacht ist, dass sehr viele Leute unterwegs sind. Alle Winkel der Stadt zu erkunden und um Kunst zu entdecken. Ja, das Besondere an der Museumsnacht ist vielleicht, dass man ja sonst Kassel vor allem durch die Documenta kennt. Und das vielleicht ganz Gute ist, dass auch jenseits der Documenta auch Kunst passiert oder Kunst zu sehen ist in der Stadt. Es gibt hier Alarmanlagen, weil die Bilder so ganz wertvoll sind und ganz alt. Ja, ich finde es ist ein fantastischer Abend hier. Und Kassel ist eine Stadt von Kunst, die immer in dieser Stadt überall zu sehen ist. Und es ist ein fantastischer Abend. Ich bin super erfreulich, dass ich bin gekommen. Ja, das war es. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020